Hallo meine lieben Zuschauer, dieses Video ist für euch, genau. Wir wollten uns bedanken von der Hall of Gaming Video Abteilung, für die mittlerweile über 100 Abos auf YouTube. Wey! Hört sich für andere vielleicht nicht viel an, für mich persönlich ja, da wir es auch vor ein paar Monaten mit angefangen haben. Ich bin schon auf mich selbst sehr stolz auch. Und finde es natürlich sehr, sehr geil, dass euch unsere Videos anscheinend so gefallen. Auch wenn wir ab und zu mal etwas viel Mist labern, aber das muss normal sein, man kann nicht immer normal sein, ne? Eben, jetzt wäre es ja langweilig. Gamescom ist zwei Wochen her, haben wir jetzt wenig gemacht, viel überlegt, Projekte geplant. So werdet ihr in Zukunft, in baldiger Zukunft, zum Beispiel von uns eine Minecraft Season sehen, mit Gästen auch. Also wenn sich nur zu zweit spielen, dann werden auch andere Leute einladen, das werdet ihr dann sehen, wer das alles ist. Der Manu von Project NEC ist zum Beispiel mit am Start gekommen. Project am Anfang, soweit ich weiß, ja. Dann, Wall of Warcraft haben wir auch was gestartet. Ja, da haben wir gerade angefangen, so ein bisschen zu leveln. Wir werden euch ein paar Inis zeigen, ein bisschen Endcontent und PvP, den üblichen Mist, den wir sonst halt so machen. Genau, und Loot-System und meins, 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 ja. Genau, natürlich folgen noch weitere Projekte, überwiegend Koop-Spiele, wird auch in Zukunft sehr viel kommen. Gibt ja sehr viele neue Games, die auch immer sehr geile Koop-Modus haben. Aber was da genau kommt, das verraten wir euch noch nicht. Das werdet ihr dann, wenn ich noch viel kurz aufgenommen habe, auf den Channel hochladen. Ja, doch, die neue Rubrik könnte man auch vorstellen. Stimmt, genau, eine neue Rubrik haben wir. Ja, die heißt Josh und Sven stellen vor. Da nehmen wir uns irgendwelche Free-to-Play-Titel, am besten die Koop. Multiplayer meistens dann auch. Ja, Multiplayer, sonst wäre es ja blöd. Genau, einfach, genau. Ich glaube, irgendwelche kleinere Titel und spielen die dann zusammen, labern drüber und stellen die halt so ein bisschen vor, damit ihr auch mal einen Blick reinbekommt, ohne euch einen ellenlangen Text durchlesen zu müssen von irgendwelchen Videos. Genau, das erste Video sollte sogar ziemlich bald eigentlich kommen, weil das ist. Ja, müsste demnächst mal hochkommen. Ja, irgendwann halt, ne. Videos. Ja, Videos, easy. So. Ja. Genau, das war das schon. Und, lacht mich ruhig aus, aber ich habe ein kleines Lied vorbereitet. Ich wollte es eigentlich zusammensingen mit dem Free-Ko, ja, aber da will keiner mitmachen. Nee, ich will nicht, ich will nicht singen. Ja, ich mache es alleine jetzt, ich mache es alleine jetzt, Achtung. Wo ist es jetzt? Ja, ja. Nein, doch nicht, Herr Magist. Wir machen es so. Wenn ihr wollt, dass ich dieses Lied singe, sagt es uns unter die Kommentare, schreibt es drunter. Wenn es mehr wie 10, immer immer 20 Leute, wenn es mehr wie 20 Leute wollen, dass ich das mache, dann singe ich das Lied. Machen wir dann per Daumen hoch. Genau. Wenn wir 20 Daumen hoch bekommen, dann singt der Josh für euch ein schönes Lied. Ich kenne den Songtext. Super. So, mach mal, das finde ich eine geile Idee. Ja, machen wir so. Ja, es ist gut. Genau. Auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr uns so gerne auch zuhört und auch zuseht. Aus dem alltäglichen Wahnsinn in der Spielewelt. Gut, würde ich sagen, das war es dann auch schon. Und wir bedanken uns wie immer fürs Zuschauen und wir hoffen noch auf weitere 100 Abonnenten. Ihr seid einfach klasse. Bis dann. Äh. Tschüss.